servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem ziemlich ziemlich krassen video es ist erledigt die erste gruppe hat es geschafft einen plus 30er key in time zu spielen und das auch noch bei einer richtig richtig oder bei einem richtig richtig großen vorsprung bzw zeitpuffer es geht dabei um die dudes von echo now maystein jinji fragnance zelia haben zusammen gespielt auf dem tournament realen und haben es geschafft den seuchensturz dungeon in plus 30 zu testen das ganze gibt es in dem video könnt ihr euch auch hier gerne mal anschauen zum beispiel wenn wir jetzt mir angucken sie sind beim oder sie sind beim endboss noch über zehn minuten auf der uhr das ist halt total krass das schaffen halt manche gruppen nicht mal im plus fünfer oder so und 30 minuten 24 ist die zeit um um es zu schaffen und so hier haben wir stradama da ist sie quasi kurz vorm sterben und zack ist sie dead 29 40 quasi den dungeon erledigt jetzt noch ein ad töten da kommt das letzte pride at 29 46 haben sie es geschafft 30 24 hätten sie für den touchest gebraucht also mehr als eine halbe minute noch übrig gehabt für den touchest also das ist schon ziemlich krass dass das geklappt hat wie sie das ganze gemacht haben ist alles in allem ganz einfach es gibt ja diese seuchenbohrer ads die auf dem weg kommen zum zweiten boss normalerweise ist es so dass wenn ihr die angreift und tötet oder wenn sie kurz vorm sterben sind casten sie ein self destruct quasi und dieser sorgt dafür dass alles in ihrer umgebung also auch feindliche mobs richtig dick auf die mütze kriegen die dudes hier von echo haben sich das ganze zu nutzen gemacht mehr oder weniger also sie haben den ersten boss ganz normal gekillt und sind jetzt auf den weg und da kommen diese seuchenbohrer black oder black borer auf englisch jetzt haben sie es dann so gemacht dass sie durch den restlichen dann die ganze zeit einen dieser borer mit geschleift haben und seine fähigkeit die detonation für sich ausgenutzt haben wie das ganze funktioniert hat weil normalerweise ist es ja immer so und er ist nur so dass diese explosion gekastet wird wenn so ein ad stirbt wie sie das umgangen haben sie hatten einen druiden dabei der wirbelsturm konnte und einen priester für den mind control und sie haben den cyclone genutzt um diesen seuchenbohrer quasi immun vor schaden zu machen das ist ja im endeffekt so wenn ihr so nett wirbelt kann es nicht mehr sterben da seht ihr jetzt das ganze wie man dann so eine explosion da hoch ging und danach hat ein priest den tut mein control und die explosion ausgelöst quasi da er aber immer noch im wirbel war konnte er nicht sterben wie er es jetzt hier seht jetzt kommt die nächste explosion so der boss wird da schön am ran hat er bringt er leider gerade das hat er nicht so gut geklappt aber jetzt läuft der wirbel aus so und dann können das können sie das spiel quasi von vorne machen jetzt geht wieder der wirbel raus die explosion wird getriggert und immer so weiter wie gesagt dadurch durch den wirbel die ads normalerweise keinen schaden erleiden können oder mobs keinen schaden erleiden können ist es so dass sie diese mechanik ausnutzen konnten auf diesem wege und ich finde das ganze echt ziemlich ziemlich interessant das ist eine super coole geschichte wie sie so eine spielmechanik ausnutzen die vorhanden ist es ist definitiv kein bug abusing oder sonst irgendwas nur ich sehe es schon kommen dass blizzard und das schreibt auch wow hat dann am ende vielleicht doch noch eingreift weil sie dann sagen ja aber jetzt zum beispiel dass du die ads oder dieses erz den solchen bohrer davor bewahrt zu sterben mit hilfe vom wirbel das ist ja so eigentlich nicht gewollt jetzt seht ihr das ganze mal hier da ging gerade so ein ding hoch und das macht halt ordentlich schaden mit 9.1 wird der schaden der solchen bohrer sowieso genervt also da ist diese taktik theoretisch weniger gut spielbar als jetzt aktuell bleibt dann halt die frage ob blizzards im spiel lässt dass man theoretisch das ad so die ganze zeit mit schleifen kann weil es ja wirklich eigentlich nur diesen aoe cast machen soll wenn es stirbt und ich dauerhaft die ganze zeit mal gucken ob da noch irgendwas passiert ich persönlich finde aber trotzdem das was die jungs da rausgefunden haben oder wie sie das gemacht haben das ist schon ziemlich cool und damit ein plus 30er dungeon zu spielen das muss halt trotz allem auch erst mal hinkriegen klar hat das ad dafür gesorgt dass sie die ganzen mobs und so weiter ohne probleme runter bürsten konnten war auch fortified die woche oder den affix wo sie gespielt haben da waren die trash mobs verstärkt da kommt das ad natürlich noch stärker zum tragen aber nichtsdestotrotz das muss halt erst mal hinkriegen das ding durch den ganzen dungeon zu ziehen und auf diese art und weise damage zu machen das ist schon ziemlich ziemlich cool also guckt euch das ganze gerne mal insgesamt an wenn ihr da bock drauf habt schreibt mir mal in die kommentare was ihr von solchen sachen haltet wie gesagt ich hoffe blizzard wird nichts dagegen unternehmen ist jetzt eher auf dem tournament realm gewesen da gibt es sowieso keine strafen oder sonst irgendwas aber auch dass sie das für den live ram könnte von mir auch gerne drin lassen weil ganz im ernst wenn du es schaffst da ein die ganze zeit durch den land mitzuschleifen und das so perfekt zu spielen dann hast du es auch verdient davon zu profitieren also ich glaube auch das werden die wenigsten gruppen hinkriegen weil so einfach ist es ja dann halt trotzdem nicht in diesem sinne danke fürs zusehen ich wünsche euch noch einen schönen tag wenn euch das video gefallen hat like abo glocke gerne da lassen würde mich wie immer sehr freuen und ihr werdet mir oder würdet mir damit sehr sehr weiterhelfen und damit macht's gut reingehauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal